So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Going Medieval mit mir als Ziegen-Ziegelstein-Ziegenmeister, Ziegelsteinmeister wollte ich sagen, vielleicht auch Ziegenmeister, das weiss man nicht so genau. Ähm, eben noch live, let's play, live, tisch gestreamt, aber YouTube-Nacht habe ich hochgeladen. Und wir hatten eine Karawane, die kam, die Waffen dabei hat, was mich etwas beunruhigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ne? Äh, es sind sieben Leute, wir sind auch sieben Leute. Wir machen mal ganz kurz folgendes. Da ich nicht weiss, wie die ticken, soll mal schnell jeder... ohnean, 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 ohnean. Soll ich zuerst das hier? Ja! Ja! Ich wollte schon sagen, was macht ihr im Essenskeller? Wenn du die nicht angreifst, machen die nichts. Ja, ist mein erster Run. Ich weiß ja nicht, was die machen und was nicht. Deswegen sind wir extra vorsichtig. Aber die hätten uns eh mitten in der Nacht überrascht. Was eigentlich auch gar nicht gegangen wäre. Wäre ja Quatsch gewesen. Uns fehlt noch ein Bett. Ich quetsche hier einfach mal schnell ein Bett rein. Kriegen wir hier noch irgendein Bett rein? Nein. Hier kommt ein Bett rein. Und dann machen wir hier gleich zu. Weil das hier soll separat sein von dem Ganzen. Das andere, was ich machen könnte, ist, dass wir das hier abreißen. Und das ein eigener Raum wird, den wir dazugehörig machen zu dem, was wir hier bauen. Baue sie ein und lass sie verhochern. Die haben Loot dabei. Weißt du, das Ding ist, die haben hier ja so ein Siegel. Und wenn wir die jetzt töten, die von da, wo sie kommen, die wissen ja, dass die Karawane hier ist. Das heißt, die würden uns dann angreifen, vermute ich, wenn wir sie töten würden. Tipp, du kannst das Bett an Bett stellen und musst keinen Freiraum lassen. Ja, ich arbeite nicht nach Effizienz, sondern nach Schönheit aktuell. Es ist der erste Run. Wir versuchen für jeden ein kleines Hütchen zu machen. Also hier zum Beispiel, das ist das Abteil von Kellerkind. Spartanien darf hier unten schlafen. Spawn hat hier so, das ist ein zweiteiliges Ding, wo die chillen. Das ist alles nur provisorisch, bis wir die Wohnquartiere auf der Seite weitergemacht haben. Ja. Von daher. So, wir lassen die Zeit ein bisschen weiter düdeln. Redekunst 8, ja. Farg ist nach wie vor noch unser absoluter Meister darin. Okay, passt, ich bin schon still. Alles gut, das ist ja ein gut gemeinter Tipp, kein Problem. So, 5 Uhr. Aufstehen. Oder haben wir um 6 Uhr aufstehen? Ich glaube, wir müssen um 6 Uhr aufstehen. So. Wir betreiben Tauschhandel. Farg, das machst du wieder, du bist der Redergewandteste von uns allen. Also. Faustschild, Goldmünzen. Wir könnten Fischgerichte verkaufen. Er hat einen Flegel. Rambeson gut. Das ist eine ganz gute Rüstung für ziemlich viel Kohle hart. Das sind zwei schwache Kettenrüstungen. Wie fällt erst das Wappen der Stadt auf? Unser Wappen? Ja, ist ein Baum. Wir heißen ja auch Nexwood. Ich meine, hallo. Ist ein Baum und hier im Hintergrund ist ein Fluss. Ich meine, das ist doch sehr passend für uns. PS. Habt ihr gestern, glaube ich, per Handy zugeschaut? Also die ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, ja. Ich muss es immer kurz deklarieren, dass die auf dem YouTube-Channel wissen, wer, wann, was, wo und so. Und geschrieben, dass ich ein Bayer bin und ich verstehe. Mein Kleiner mit 4 hat da mir zugeschaut und meint auch, dass er dein Sprech cool findet und deine Aussprache. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, da hatten wir gestern noch ein paar Schweizer Jokes gemacht und so. Stimmt. Ich glaube, die waren nicht in der Folge. So, Maske. Überlegen. Was bringt uns denn eine Maske? Ich weiß gar nicht, ob ich Waffen und so kaufen will. Wir mussten bis jetzt ja noch nicht so kämpfen. Vorsorgen ist natürlich besser als Nachsorgen, ne? Wenn Leute sterben. Auf der anderen Seite, Nahrungsmittel will ich jetzt auch nicht verkaufen. Ne. Ich würde sagen, wir lassen das mal Theoderiker gute Waffen, aber wir brauchen nix, ne? Wir brauchen fürs erste Mal nix. Da bist du gut. Und danke fürs Kompliment. So. Also, wie machen wir jetzt diese Abteile hier? Nicht genügend Betten. Immer noch nicht. Oder ist das noch im Bau? Da habe ich gar noch nicht gebaut. Ich habe noch nicht gebaut. Da habe ich gebaut? Ich habe noch nicht gebaut. So, freier Raum. Super. Wir machen Holzböden rein. Dann sieht es auch nach was aus. Pflege als Waffe oder Werkzeug für Getreiterernte. Meinst du, wir brauchen für die Getreiterernte noch Dichel und so? Ob ich schon Lageroptimierung habe? Also, wir hatten irgendwas in der Richtung, ja. Also, ich könnte theoretisch schon ein paar Sachen machen. Oh, wir können bessere Betten machen. Ein Qualitätsbett. Wie machen wir die besseren Möbel? Keine Ahnung, dann frage ich. Ich glaube, wir brauchen nicht. Wir brauchen da nix. Es kommt eh zuerst mal der Winter. Theoretisch sollte das Überleben des Winters haben. Ja, ich weiß, dass wir... Also, wir könnten noch anders lagern. Wir haben schon im Keller gelagert, dementsprechend. Also, hier haben wir alles schon mit Regalen und Co. Das ist soweit gut. Das habe ich hier oben noch nicht gemacht, weil ich noch nicht sicher bin, ob ich das Konzept so lassen möchte oder ob wir das noch schieben. Deswegen lagern wir das aktuell noch auf dem Boden. Und bleibt das auch auf dem Boden als Lagerding. Oh, cool. Ich dachte, dass er das... Was ich jetzt nur gerade ein bisschen komisch finde, ist, dass er hier... Also, wenn wir hier eine Ecke machen, ist das ja eigentlich schon nett. Aber die Ecke schwebt, ne? Weil hier fehlen einfach zwei Streben. Aber bei den Fenstern sind sie nicht drin. Und die hatte er vorher noch angezeigt. Oh, die fangen von hier an, würde ich sagen. Das heißt, im Grunde genommen machen wir sicher... Ne, wie fange ich an? Wie fangen wir hier an? Ich frage nur, weil du so wenig Lagerplatz hast. Lasst mich doch, lasst mich doch. Ja, ja, ja. Neue Möbel. Leinenstoff, Holz, Heu. Okay, warte mal schnell. Da fällt mir was ein. Wir müssen uns für den Winter noch vorbereiten. Ja, ihr könnt die ganzen Rüstungen ablegen, weil die brauchen wir gerade nicht. Und... Und... ja ja wir haben waffenhalterungen hier für also um die frage im chat zu beantworten wir haben hier waffenhalterungen und hier oben haben bücherregale hier auch schon wieder voll sind aber ja wir sind wir sind da schon bedient keine angst wie mache ich das jetzt am cleversten ich könnte hier runter dann könnten wir hier durchziehen dass wir dann einfach auf der höhe aber das würde so oder so gut passen mit dem baum ist vielleicht so semi geil ich denke gerade laut bitte transportieren sie deswegen noch hin was gut ist also meine überlegung ist es macht vielleicht mehr sinn wenn wir mehrere häuser in dem stil bauen ja also mit einem obergeschoss wo wohnraum ist und unten wo man schlafen kann weil ich glaube dass ich dann in zwei etagen immer etwas schöneres zusammen gestalten kann also wenn wir es so machen dass wir eine etage haben und unten dann noch mal eine etage weil das problem ist die untere etage ist immer schwierig ein bisschen schwierig zu erreichen ich könnte einfach eine leiter machen aber ich finde leiter nicht schön wir können eine treppe machen die nach außen führt aber dann müsste ich treppe überdachen deswegen finde ich es am schönsten wenn man einfach hier rein kann und dann hat man ein wohnhaus das zwei stockwerke hat hier geht es jetzt noch weil wir hier von der seite reingehen und an der stelle ja so dass wir die ganzen sachen ein bisschen anders haben aber auf der seite will ich das so nicht machen deswegen werden wir hier in dem stil die häuser ziehen und da muss ich kurz überlegen wie wir das am besten machen eine möglichkeit ist dass ich das so mache und dann machen wir hier eine tür rein ja die kommt so rein und dann kann man rein direkt runter oder man kann rein und dann in den oberen bereich ja So wir brauchen hier hinten schnell eine provisorische Treppe, die kommt weg. Wurde eine Leiter abgerissen, währenddessen sie benutzt wurde. Braucht der eigentlich auch eine bestimmte Anzahl an Sonnenlicht? Ja, der braucht eine bestimmte Anzahl an Sonnenlicht. Ein Moment, einen Moment. Gebe ich den dann hier hin, drehen wir den, wie er rein kann. Noch eins vorrücken, die Treppe, na das geht schon. Du kannst hier so hinmachen und dann geht er auf die Seite auf, wo dann die Wand ist. Ja, das passt schon. Der hat einen zweiten Apfelbaum hier rausgehauen. Ja moin, voll geil. Aber das Ding ist, ich will diesen Apfelbaum eben eigentlich nicht blockieren mit dem Sonnenlicht. Der muss halt ein bisschen freistehen. Ich bin eigentlich hier hingesetzt, weil ich es noch schön finde, dass wenn wir hier was haben. Wie habe ich das hier unten geregelt? Also eigentlich könnten wir den wegmachen. Hier mit Erde aufschütten. Die zwei rausnehmen. Dann zwei hier reinmachen. Macht das Sinn? Alles um eins verschieben. Ja, das ist irgendwie auch kacke. Nee, der wächst jetzt einfach am Gebäude. Scheiß drauf. Nee, doch. Das muss ich auch wieder ändern. Man, bin ich unentschlossen hier gerade. Oh kacke, ich habe vergessen. Ich werde es dazu machen. Aber die kommt eh in ein Bett rein. Ich werde es damit nicht nachher ausziehen. Ich werde es mit dem goldenen. Und jetzt werden wir das hier. Dann kann ich da irgendwie noch was dransetzen. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier? Ja, es ist alles ein bisschen eng am Baum, ich weiß. Ich überlege gerade, ob ich das Ganze nochmal ändere. Ja, ich glaube, ich mache das schnell. Ich bin damit nicht zufrieden. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meintest hier. Wie machen wir das mit dem Holzbaum? Wir könnten hier eine Tür machen. Oh, ich habe eine Idee. Ähm... Okay. Aber wie mache ich das? Das heißt, wir machen den hier. Ja. 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 Das könnte gehen. Das könnte gehen. Das wird gehen. Und dann könnte der weg. Dann könnten wir das bis hier hin rüber ziehen. Das ist alles eine offene Fläche. Ja. Ja. Da sieht man von hier auch noch so ein bisschen rüber. Das ist gut. Da ist der Apfelbaum nicht im Weg. Wir haben hier eine große, offene Fläche. Und, äh, wenn das weg ist, machen wir hier eine Wand durch. Will heißen so. Und, äh... So, den Flachs mal schnell da hin. Wir ernten den und... Weißen den unteren Bereich ab. Auch wenn er noch nicht ready ist. Ähm... So. Dann kommt hier eine Tür ran und hier eine Tür ran. Das ziehen wir durch. Das Ding machen wir so. Und dann haben wir hier nur einen kleinen oberen Bereich. den wir mit dem Haus kombinieren. Und man wohnt dann eigentlich in der Etage. Also alles hier unten, ne? Dann ist das eins. Hier klein auch eins. Ich könnte die Treppe sogar hier rein nehmen. Geht das? Das sind drei. Und dann von hier rüber. Ja, das ginge. Dann kann ich das löschen. Dann... Das ist zu... Das ist jetzt zu groß. Also... Den unteren Bereich... Plus... Das hier... Das ist dann schon recht viel Wohnfläche tatsächlich. Ich000 und dann habe ich... Das hier ist alles leicht. Ich... Ich.. Und... Und... Ich... Das ist nicht schlecht. Ich... 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 Doch, das müsste eigentlich gehen. Den abreißen, dann ist das die Wohnfläche, das ist etwa, also ein bisschen mehr als das hier, eigentlich ist es zu hoch, eigentlich ist es zu viel, eigentlich müsste ich alles um eins schieben. Auf der anderen Seite wohnst du komplett unten, unterhalb vom Gemeinschaftsraum. Ja. 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 Doch, das geht. Das einzige, was nicht geht, ist das. Das geht hier nicht rein. Das müssten wir hier dafür reinmachen. Nein, das geht auch nicht. Quatsch, 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 Quatsch. Scheiße, ich krieg das Fenster nicht mehr erwischt. Jetzt. Das ist schon ziemlich kacke mit gar keinem Fenster hier drin. Ja, wir bauen es jetzt einfach so. Nein, doch, das passt hier rein. Quatsch. Wir haben ja hier nochmal eine Wand drin. Dann ist das die Lichtquelle. Es ist keine überragende Lichtquelle, aber dann ist das die Lichtquelle. So, ähm. So, dann kommt man hier runter und dann hat man das ganze Abteil hier für sich. Das ist doch okay. Jawohl, das zählt nicht als zwei Räume, ne? Also, man kann die eigentlich weiter abreißen. Dann lassen wir den drin, damit ich ihn auf das Fenster schön machen kann. Und dann ist das jetzt ein Raum. Das ist ein sehr langer Raum und man ist halt weit unten und unterhalb von diesem, von dieser Fläche. Aber das ist okay, glaube ich. So. Und die Idee ist jetzt, dass wir... Ja, wir machen halt ein paar Karotten kaputt. Das ist jetzt auch wurscht. Hier die Tür und hier die Tür haben. Ich denke, das geht. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen größeren Gemeinschaftsraum. Das finde ich eigentlich schön. Dann können wir die hier nämlich nochmal... Äh... Also, Gemeinschaftsraum. Das ist eine offene Gemeinschaftsfläche. Aber ja, die deutsche Sprache ist halt schwierig. Na, die könnten wir sogar noch streichen. Das würde noch gehen. Das würde noch gehen. Ich sag eins offengelassen, dass da noch ein bisschen Stauraum ist. Ja, ist halt so semi-optimal, ne? Jetzt gehen wir hier einfach runter. Das ist eigentlich das, was ich vermeiden wollte. Ich bin damit nicht happy. Das ist, wenn ich es gleich anlege wie hier, dass wir da die Tür machen für hier rüber. Da muss ich es nochmal wegnehmen, ne? Auf der anderen Seite finde ich schon, ich finde es schon schön, dass wir hier so einen etwas größeren Platz haben, ne? Ja, die gehen jetzt. Vor allem, wenn die Bevölkerung noch wachsen, bin ich, glaube ich, happy drüber. Stauraum für deine Habseligkeit. Deine Truhe bietet Schutz von den Elementen, aber nicht vor Temperaturschwankungen. Candle-Libber. Achso. War nicht schlecht. Okay, da haben wir nicht genug Kalkstein. Wir lassen das mal offen. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so. Jetzt halt, jetzt halt einfach gekauft, Punkt. Das sind aber ordentlich viele Fische. Ähm, ich wollte noch was gucken. Winterkleidung. Entschuldigung, ich war jetzt so konzentriert. Ich hoffe, es war nicht schlimm. Ich war irgendwie super konzentriert jetzt. Ich wollte noch schnell, äh, Kleidung in Auftrag geben. Wie viele Leute sind hier? Sieben. Einer hat schon Hut. Bei solchen Spielen ganz normal. Ja, hier in den anderen Folgen habe ich mehr gequatscht. Hier war ich jetzt zum Studieren, wie ich das machen will. Wenn ich es noch, wenn ich es rüberschiebe, dann ist der Platz wieder so klein. Wenn der Baum größer wird, nimmt er auch ein bisschen was am Platz ein. Zumindest von der Sichtbarkeit her. Mir fällt gerade ein, den können wir eigentlich streichen. Den können wir auch streichen. Den könnten wir eigentlich auch streichen, indem dass wir ihn hier reinschieben. Das hier geht wahrscheinlich nicht, weil das blockiert die Treppe. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier noch ein bisschen Platz nehmen können. Und wenn das weg ist, hier an der Kante nochmal zwei machen. Und dann sieht das richtig gut aus, glaube ich. Das wird richtig gut aussehen. So, jetzt will ich doch ein Fenster und hier ein Fenster. Das und das. Das. Ich glaube es auch, dass es schlau ist, dass noch mehr Bürger kommen. Ja, wir können, weißt du, das Ding ist, wenn noch mehr Bürger kommen, können wir das theoretisch noch um ein Stockwerk erhöhen. Das ist ja kein Problem. Und dann können wir halt hier einfach eine Treppe ran machen, die dann um ein Stockwerk noch hoch geht. Wir können das noch um eins rausschieben. Theoretisch haben wir die andere Seite ja auch noch. Das heißt, wenn, falls ich hier noch den Fluss ziehe, können wir das erweitern. Also ich kann das hier eigentlich, entweder kann ich das am Fluss entlang weiterziehen oder ich ziehe es rein, indem wir hier anfangen, Erde abzutragen. Spielt Statik eine Rolle? Ja. Du kannst aber sehr viel verstärken. Es gibt sogenannte Holzbalken hier, die kann man zwischen zweien spannen. Die machen sehr, sehr viel Statik, wie der Wett, wenn man Probleme hat. Auf Holz zu stapeln, auf Stein zu stapeln, funktioniert das, soweit ich gesehen habe, eigentlich auch wahnsinnig solide. Von daher, ja, glaube ich, ist nicht so ein Problem. So, wir machen hier trotzdem schnell. Ne, warte, wir kommen ja gar nicht in dieses Stockwerk so. Das ist ja völlig Banane. Damit laufe ich ja sofort runter. Können wir gar nicht hoch. Das geht hier, weil wir hier eh direkt runter müssen. Aber hier wollte ich eigentlich noch einen oberen Bereich nehmen. Außer wir machen den unteren Bereich hier genauso. Und dann machen wir hier noch eine Tür für den oberen Bereich. Und dann gibt es ein Zuhause unten und ein Zuhause oben. Zwei Türen nebeneinander. Zwei Nachbarn, die direkt. Genau, also zwei Türen machen. Eins, zwei, drei, Seite vier. Holzböde machen wir dann später. Die können wir noch drunter setzen. Die Frage ist, wann geht mir das Leben aus? Wir angeln mal noch schnell. Und dann kann der Koch nämlich das Geangelte noch... Jetzt bin ich super gespannt. Angeln die dann von oben? Das wäre noch spannend, ne? Die einfach da stehen und runter. Imkerei. Ja, wir schalten es tatsächlich mal frei. Das Ding ist aber... Also ich brauche den Wachs für die Kerzenständer. Und den Wachs kriegen wir über Bienenwachs, ne? Zumindest gehe ich davon aus. Aber jetzt knallt eh dann gleich der Winter rein. Ja, wie löse ich das Problem denn jetzt? Einer wohnt oben, einer wohnt unten. Und hier kommt eine kleine Wand rein bis hierhin. So, wie der so verschwindet. Ein Bett zu den Ziegenstellen? Warum das denn? Ihnen oder mittelalterliche Erdöl-Rafinerie. Und hier kommt dann wieder auf dem Oh! wir reissen den ab ich baue hier eine schräge hin dann holzwöden einer der wenigen fenster die wir nach innen machen hier an der kante habe ich immer ein bisschen das problem dass ich nicht drei stellen habe wo ich ein fenster rein schmeißen kann in der mitte also zumindest im unteren bereich nicht deswegen machen wir jemals zwei nebeneinander und hier unten das muss reichen eins für unten und zwei für oben das ist okay so und ich lasse mal auf der stufe eins laufen weil das funktioniert schon ganz gut so hier zwei stockwerke das ist gut so und hier bleiben wir dabei hier 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 Ich denke, wir werden ein bisschen rein müssen an der Stelle hier dann. Da hat sich einiges getan seit den letzten Folgen, ja. Wie wird es denn eigentlich mit dem Hund? 3 Prozent. Irgendwie funktioniert das nicht so mit dem Hund trainieren, ne? Da sind die Frettchen besser. 24, so. So. Ah, hier kommt noch ein Fenster rein, super. Ich frage mich, wie wir das angeln. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie wir das angeln. Ja, der Apfelbaum hier ist ganz cool. Das hier müssen wir dann eh verschieben. Wir machen da mal schnell kopieren. Und das Kohl kommt dann einfach mal schnell hier ran. Ja, das ist schon okay. Dann verschwindet der untere, weil der Bereich, also das kommt weg. Hier werden wir wahrscheinlich mit dem Dach ein bisschen überlappen müssen, dass das alles zusammenpasst. Hier bis hier hin. So, an der Stelle. Weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Wir könnten das noch rausreißen. Entsteckbahn, damit ich angeln kann. Ja, naja, da wir angegriffen werden, will ich hier eigentlich nach Möglichkeiten gar nicht mehr allzu viel schieben. Jetzt ziehe ich mal schnell zwei Holzbalken drüber, damit das Dach sauber kommt. Ich überlege hier tatsächlich noch mal aufzuschütten, ne? So zwei Dinger, um, einfach, damit wir hier eine schöne, schöne Kante haben, weil es ein bisschen anstrengend ist, hier das mal so mega eckig hier durchzuziehen. Ich mach das jetzt einfach. Ich mach das dann. Hier auch nochmal. Wir können hier ein sauberes Dach drüber ziehen, ähnlich wie hier. Ja, wirkt besser. Wenn es mich stört, kann ich auf der Seite einfach mal wegnehmen. Ach, der Fluss hier noch einen kleinen Schwenker. Ist schon okay. Ja, ein Stegbahn. Das Ding ist, die Fische, die kommen und verschwinden immer wieder, ne? Also eine Zeit, manchmal sind sie hier, manchmal sind sie da, manchmal sind sie hier, manchmal sind sie da. Das geht jetzt immer ein bisschen unterschiedlich. Aber man kann scheinbar aus dem Fenster fischen, also wir sind sehr venedig, venezianisch unterwegs hier. Man kann einfach aus seinem Haus ein Angel-Dings rausschmeissen. Mit dem richtigen Köder erwischt man die. Und ich meine, es ist ja auch Viking, der hier angelt. Also Viking, der ist völlig, also der ist sich so selbstbewusst mit, mit, mit den Meeren und dem Wasser und so. Das ist für den völlig normal. Absolut klar. So, wir haben keinen Stein, das ist das Problem hier. Also reißen wir hier nochmal schnell eine Ecke raus. Und hier nochmal schnell eine Ecke raus. Wir haben keinen definitiven Spot. Nein, ich glaube, die spawnen einfach da, wo Wasser ist. Will heißen, Rehe und so spawnen da, wo Wald ist. Bäume können auch einfach wachsen, wo halt Erde ist. Und da, wo halt Wasser ist, können halt Fische spawnen. Teilweise sind sie auch hier. Ja, wie hier zum Beispiel. Oder hier oben. Was ich ein ziemlich gutes System finde. Weil du da nicht abhängig bist im Sinne von, oh mein Gott, an der Stelle hast du Fische und dann angelst du nur da. Umweltbezogen, verdorbene Felsfrüchte. Die Siedler wussten, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit war, wenn die Pflanzenfäule auftrat. Jeder fähige Arbeiter in Nexwood schuftet, um diese Geißel auszurotten. Wovor sie die gesunden Pflanzen verdorben ließ. Zukunft von Nexwood liegt, ähm, hing davon ab. Gedorbene Feldfrüchte. Sofort schneiden. Das ist Pflanzenfäule. Die, 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 die geht über. Das hat erste Priorität. So, wir brauchen den besten Botaniker hier. Wenn die Fäule sich ausbreitet, kriegen wir ein Problem mit dem Kohl. Okay, das bedeutet, es macht eigentlich Sinn, kleinere Felder anzulegen. Ja, was ist jetzt? Ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Ich bin verwirrt. So, wir angeln beide hier aus dem Fenster. Das scheint wunderbar zu funktionieren. Kann ich eigentlich hier die Ecken noch... Wahnsinn. Das ist ja mega geil. Ist das cool, du. Wie viele schöne... Wow. Schön, oder? So richtig nice. Geht wirklich mit dem Angeln, das ist besser. In einem anderen Feld nicht auch noch Fäule? Du hast recht. Die Runkenrüben. Ben! Ben, tu was! Oh, scheiße. Hier auch noch. Ja, das verdirbt mir alles. Schneller werden, schneller! Verdammt. Da sind die Nächsten schon. Nicht wegrennen, hier. Nicht wegrennen, das hier. Nicht wegrennen, der Nächste da. Scheiße. Da gehen die Nächsten hin. Ich glaube, unsere Rüben hier, die sind tot. Ich glaube, die können hier knicken. Nicht wegrennen, der Nächsten hier. Nicht wegrennen, der Nächsten machen. Naja, ein paar Runkenrüben haben wir noch hier. Die wurden da schon eingepflanzt. Das heißt, die Runkenrüben, die hier schlecht sind, machen die ganze Ernte zum Glück nicht vollständig kaputt. So, das heißt, wir können das hier dran bauen. Den bauen wir um. Das kann weg. Das kann weg. Dann machen wir hier eine saubere, schöne Kante rein. Wunderbar. Sobald das hier aufgeschüttet wurde. Das hier wurde vor dem hier unten aufgeschüttet. Ja, und dann die Ecke noch fertig machen. Ja. 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 14% trainiert der Hund. Dann können wir hier ein ähnliches Dach drüber ziehen. Hier müssten wir dann halt auch ein, zwei Tonnen. Das heißt, im Grunde genommen, im Grunde genommen können wir hier schon ein normales nehmen. Hier noch so ein Holz-Dings machen. Dann kann man hier noch fertig drüber ziehen und dann ist gut. Also, das sieht dann so aus. Und den machen wir dann so. Perfekt. Ich könnte auch mit dem Gedanken spielen, hier eins drüber zu lappen und dann das Ding einfach lang durchziehen. Würde gehen. An der Stelle könnten wir uns überlegen, hier noch weiter, den trotzdem noch weiter zu ziehen und den nächsten dann hier so, so eine Ecke zu machen. Aber ich weiss nicht, wie viel ich wirklich aufschütten will. Das ist vielleicht ein bisschen viel. So, ja. Das foult gerade weg. Das Ding foult einfach gerade weg. Da gehen die Lebenspunkte runter und dann sind sie kaputt. Ach du Scheiße. Naja, einen Flaksamen haben wir noch. Ich glaube, wir haben noch einen gelagert. Von daher ist kein Weltuntergang. So viele Tiere, ne? Also, Nagetiere, die bei uns zum Problem werden, kann ich mir nicht vorstellen. Die werden entweder von zwei Katzen oder von drei Frätschen getötet. Ja, verdorbene Feldfrüchte. Ich weiss, ich weiss, wir waren zu spät. Irgendwie hat sich noch eins ausgebreitet. Aber das bedeutet, dass wir in kleineren Feldern arbeiten, damit das nicht überspringt. Also, wir werden so Lücken lassen, ne? Also, keine Ahnung, so acht auf acht. Also, so ein... Ja, acht auf acht. Vier auf vier Felder oder so. Und dann eine Lücke und dann auch wieder vier auf vier. Dass das nicht immer sofort überspringt auf die Nächsten. Aber es ist gut, dass wir das wissen. Krankenbett, Verteidigungsanlagen, Holzschnitzerei. Pfeile fertigen, Kartograf. Achso, mit einem Kartografen können wir dann die Region auskundschaften, ne? Können die Frätschen mehr als Ratten jagen? Also, laut Beschreibung von dem, was dran steht, steht hier halt, Austierestreifen in deiner Siedlung umher sie können nicht... Ah, nein, warte. Wo war's denn? Irgendwo stand's in der Beschreibung drin. Dann war's im Alma nach. Nein. Hier. Die schlanken Säugetiere sind nachtaktive Jäger, die Kaninchen, Ratten und Vögel fressen und mit einem schnellen Biss in den Nacken töten. Ich weiß nicht, ob ich ihn trainieren kann, dass er Hasen jagen geht. und die Hasen dann zurückbringt. Pfeuer, aber was machst du denn? Jagst du was? Jagst du einen Wolf oder... Greift an. Bist du irre? Achso, du greifst eine Ratte an. Ich dachte schon, du greifst den Wolf an. Ich wollte die Stadt mobilisieren. Ich wollte schon die Alarmglocke läuten. Krieg! Wir werden angegriffen. Schnell zu den Waffen! Alter. Aber der Mann, er machte mir einfach einen Herzenfall. Einen gefühlten Herzenfall. Gehen wir mal hier noch ein Fenster rein. Dann haben wir unten nochmal ein schönes Fensterchen drin. Die Wand könnte ich rausnehmen, wenn ich hier nochmal mache. Jetzt ist halt die Frage, will ich es hier noch übertreiben? Ich packe ein. Wie lange dauern? Ich glaube nicht. Oh, eine Baufolge. Es ist wirklich eine Baufolge. Aber ich schreibe nicht extra Baufolge dran, weil im Grunde genommen geht es in dem Spiel tatsächlich halt viel um Bauen. Verdorbene Feldfrüchte. Ja, hä? Wie kann denn jetzt hier schon wieder was wachsen, was verdorben ist? Das macht doch keinen Sinn. Oder wurde das angepflanzt und es ist jetzt schon wieder verdorben. Ja. Vermittest du das Gebäude bis zum Polisadenturm? Du meinst hier rüber? Ja, ist eine Überlegung. Aber hier will ich vielleicht sogar ein Tümchen machen. Ich weiß es eben gar noch nicht, was ich hier effektiv machen will. Ich glaube, wir machen einfach das hier mal fertig. Und Judas. So zwei Fenster nebeneinander sieht auch verdammt gut aus. Und so das Dach drüber. Wir hätten sogar theoretisch noch die Möglichkeit, hier noch ein, zwei Felder rauszugehen und hier noch ein Zweierfältchen reinzumachen, dass das hier auch noch einen oberen Bereich hat und nicht nur einen komplett unteren Bereich. Wo ich sagen muss, dass wir hier ja schon sehr viel Platz haben. Also es ist eigentlich schon sehr groß. Zur Not kann man hier auch noch ein bisschen was rausnehmen. Ich sehe gerade das E-Boden drüber. Das heißt ja, wir können hier noch was rausnehmen. Anbauzeit, falls. Deswegen verdirbt es so viel. Naja, wir hatten halt das, was sich rumtreibt. Also das verdirbt halt einfach. Das ist halt einfach weg. Das ist verloren. Achso, du meinst, dass die Anbauzeit falsch ist und es sich deswegen verdirbt ist. Ne, wir sind schon sehr lange im Herbst. Nein, nein, das ist eine Seuche, die wir gekriegt haben. Jetzt habe ich es verstanden. Die falsche Anbauzeit. Aber nein, es ist einfach eine Seuche. Felsfrüchte. So, wir brauchen ein bisschen Holz, ein bisschen Stroh. Ich glaube, Stroh ist das, was wir jetzt noch haben müssen. Da haben wir genug Sträucher. Dann hier zwei. Aber ich glaube, im Allgemeinen haben wir nicht mehr viel Gras, deswegen sagt er gerade, dass wir dann nicht fertig machen können. Ah, hier. Und hier noch ein bisschen. Ob wir das auch anpflanzen können. Und da haben wir alles. Und hier ist es ein bisschen. Die sehen auch einfach besser aus, ja schön, ja das mit dem Dach kommt noch, jetzt haben wir hier einen Schlafplatz, hier einen Schlafplatz, nur ist hier noch gar nichts wirklich verarbeitet. Holzböden, Holzböden, hier noch Holzböden rein, dann brauchen die sicher eigentlich alle noch einen Tisch. Hier noch einen Stuhl rein, ich weiß nicht, ob das positive Auswirkungen hat, ne? Ja, wir könnten auch von hier da rein, aber das ist ja eigentlich nicht das, was ich will, ne? Ja, wir lassen die Tür mal einfach, falls man auf beiden Seiten raus muss, weil man unten ein bisschen gefangen ist. So, dann fehlt hier natürlich, er hat ja auch zu Möbel dazu, ein Lehmbehälter, keine Frage. Den stellen wir hier mal nah ans Bett. Also rein von der Größe her kann auch eine Person hier rein und wir könnten auch hier die einfach zu machen, ne? Würde gehen. Lehmbehälter machen wir dann mal in die Ecke. Dein Tier, es ist zu viel Platz. Ich sag kurz, was ich überlege. Ich überlege gerade, hier eins zu graben, die Tür eins zu schieben, hier eine Wand zu machen, hier nach unten, eine Tür, die hier in den unteren Bereich führt, eine Tür, die in den Bereich führt, hier eine Wand zu ziehen oder vielleicht nur den Bereich und den dann und dann das hier und den oberen Bereich zu teilen. Und dann hat jemand hier unten, das ist das Quartier von jemandem, das ist das Quartier von jemandem, das ist einfach doppelt, ne? Hat jemand Glück? Und, äh, ja, wie wir das mit dem machen, weiß ich noch nicht. Na ja, dann ist das halt auch einfach ein grosser Bereich, dann ist es ein einzelner kleiner Bereich. Dann sind die Zimmer halt unterschiedlich gross. Leg den Gang weiter nach hinten. Da kannst du ein Apart-Wendhaus draus machen. Welchen Gang? Ich lass die Karte so. Im Norden ein Gang, hier ein Gang, nach hinten. Ich komme im Norden parallel zum Fluss. Ja, also du meinst, also wenn der Fluss hier unten ist, solche, solche Dings, ne? Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Finde ich, wirkt aber ein bisschen... Ja, ich müsste dann hier halt, ne? Auch reingraben. Also ich müsste an vielen Stellen noch ein bisschen reingraben. Das wollte ich, also ich habe es mir auch überlegt, ich habe es halt absichtlich nicht gemacht, weil irgendwie mir dann ein bisschen die Fenster fehlen, ne? Und so einen grossen inneren Raum. Es wäre aber das Effizienteste. Aber dann hat halt ein Apartment, hat halt vielleicht nur ein Fenster oder zwei. Und das fand ich dann ein bisschen sad. Also weißt du, wenn ich, wenn wir sagen, wir nehmen den Bereich, ne? Dann reicht das hier für zwei Fenster. Wenn wir sagen, hier, ne, da haben wir, ja, vielleicht auch zwei Fenster. Kommt ein bisschen auf die Kante an. Und da ein Fenster zu haben in so einem Unterseiten. Aber vielleicht strukturieren wir uns auch nochmal um, ne? So ist alles mittelalterlich. Wär's, wär's natürlich, klar. Da kommt der Schönbar von Next wieder zum Vorschein. Ja, hey, ihr wohnt ja alle hier. Ich will ja, dass es euch gut geht. Nein, das, da blutet mir ein bisschen das Herz, so. Ich hab's mir auch schon überlegt, aber dann würde ich es trotzdem irgendwie wieder grösser machen, als das vielleicht gewollt ist. Deswegen, ja. Ich glaube, wir lassen den Raum so und das teilen wir zwei. Mit einem Bett. Ist das grösser als das? Das ist etwa gleich groß. Das ist auch wieder gleich groß wie das. Ja, aber den eins nach hinten zu schieben, macht schon Sinn. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir bauen in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, ich hab jetzt super viel gebaut in der Folge. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich so mega konzentriert auf das hier bin. Aber ich will hier irgendwie so eine schöne, ne? Ich überlege sogar. Hier. So was nochmal, nochmal zu machen. Also, dass wir hier nochmal so eine, so eine Dings haben und das dann auch ein bisschen hier rauszuziehen. Also dann hier nochmal so ein Gebäude. Ich bin mit dem unteren Teil hier noch nicht so zufrieden. Wir könnten die Wand einreißen, das hier schieben, das einen Ticken kleiner machen, damit das ein bisschen mehr hat, obwohl das ist schon zweigeteilt. Ja, ihr könnt alles verbrennen, das ist egal. Ja. Es könnten auch einfach zwei Leute hier wohnen. Vielleicht gibt's auch Leute, die gerne gesellig wohnen, ne? Gut, wir machen in der nächsten Folge weiter. Dann schauen wir, wie wir die Häuserkette hier noch weiter favorizieren. Und wir hier noch ein kleines, kleines Dings dranhängen. Und wir dann hier nochmal so einen Ausguck machen. Dann da noch einen Turm oder so. Keine Ahnung. Da wird noch Freude dran. Als nächstes kommt eh bald der Winter. Da müssen wir gucken, wie wir durch den Winter kommen. Vielleicht muss ich mich dann wieder mehr aufs Überleben konzentrieren. Gut. Like da lassen, Kommentar da lassen, gerne Feedback da lassen. Auch zum Baustil. Ich hab Freude dran. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schauen wir uns auch. Bis dann.